so da sind wir jetzt bei Subway Surfbar Nordpol aus deutsch übersetzt Nordpol das wüsst ihr ja wahrscheinlich wissen weil ihr wahrscheinlich auch noch in der Schule leid ich bin so wie ich und ja hier habe ich ein bisschen angefangen dann sehen wir gleich wieder so leute da sind wir wieder ich habe mir jetzt die zwei Kies geholt meine Schwester ist auch dabei ja erst die erste Runde spiel ich die Zeit oder spiel du mal die erste Runde okay und danach spiel ich die zweite Runde und merkt ihr den Score bitte hast du schon gesagt dass mein Handy heute ja jetzt haben wir zu Weihnachten gekriegt ich hab das Samsung Galaxy J5 zum Weihnachten jetzt dann bekommen das konnte ich leider nicht aufnehmen weil wie soll ich das aufnehmen währenddem ich das gerade schon anhabe von meinem Handy jetzt hat meine Schwester hat mein altes Handy bekommen das Samsung Galaxy S3 Mini das ist eigentlich auch nicht ihren eigentlich gehört das geht meine Mutter und ja wir seht an Lina spielt jetzt gerade noch sehr gut relativ aber sie wird aber nicht lange schaffen bis man sich in der Städte war ich habe Kevin's Nummer so wie ich bin total das ist alle schuhe was die Maske mitnehmen da lieb hat so eine Maske die Maske haben wir in der Schule ne cool Mann ey ich hasse Weihnachten scheiße ok 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 wir hatten wir uns so Antti hat bis 3700 also aufgerundet machen wir daraus 3800 ok aber aufrunden immer sechsonert werden ach du ach die sind man kann auch die überholen glaube ich oder was spielen die alle Subway Surfer die spielen alle Subway Surfer meine Freunde nicht das E ähm der ok weißt was ich mir jetzt angewöhnt eigentlich muss dass das Handy nicht ausgeht ähm wenn du es auch aus haben willst dann sag mir Bescheid ich brauche aber das Passwort denn das muss ich dann aufschreiben ach du meinst dieses Muster Passwort ne guck mal ja ich hab die komischsten Spiele Piano Teil 2 Akinator Free Subway Surfer Hungry Shark und ich weiß das interessiert den hier bei YouTube nicht ne und die Aufnahme läuft noch ja ich weiß schon 3 Minuten cool ich hab schon ein paar ich hab schon 2 Folgen von ähm Clash of Clans aufgenommen 2 Folgen und bei Head Soccer ich wie heißt nochmal diese App ach ja eigentlich auch äh ja das ach ja Leute also wenn ihr auch so was diese App haben wollt ne ah nein boah du bist abgekackt ah wer ist weiter naja ja ich bin weiter haha hier unten seht ihr Leute Luca guck mal sein Score an der Luca ja Anil Aramis Dominic Justin danach auf dem 6. Plattstil nicht dann Prince das ist Abdullah kennt ihr nicht Michelle Hakichan Alexandra Sonja Leroy Eric Saburudin Colin Justin Lea Tang Kevin Lukas Colin von du weißt schon genau Colin cool ich bin Colin ist 15. ich bin 6. also besser ja und wie heißt die App Top 1 bin ich bei Bronze wie heißt die App so Leute also dann mach ich mal eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder so Leute das ist hier meine Aufnahmeprogramm MovieCent for Samson und damit nehme ich das alles auf wie ich hier auch das M seht das passt ja genau zu dem M hier vorne und ja dann sehen wir uns gleich beim Endscreen wieder jetzt die App und so Leute da sind wir beim Endscreen meine Schwester kann auch noch was sagen dazu zum Spiel naja wie ist das Spiel so cool meine Schwester hat es auch auf ihrem Handy ich werde das wahrscheinlich jetzt auch aufnehmen naja weiß nicht so ja naja und Andy die Aufnahmeprogramm auf dem Handy klappt nicht ne ok jetzt schon hab ich schon auch mal ausprobiert naja können wir gucken ja Lelette sehen wir uns beim nächsten Video wieder tschö mit äh tschö 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 tschö